In 10 Tagen soll iOS 18 vorgestellt werden und es soll das größte iPhone-Update in der Geschichte sein. Denn iOS 18 soll ein neues Design mit der Optik des Apple Vision Pro erhalten. Außerdem sollen endlich die Apps im Homescreen frei anpassbar werden, was uns mehr Freiheiten gibt. Auch soll es die Möglichkeit geben, die Farben der App-Symbole zu ändern. Aber auch das Kontrollzentrum soll endlich viel personalisierbarer sein. Doch das Beste an dem Update sollen die neuen KI-Funktionen werden. Denn laut Gerüchten wird Apple mit ChatGPT eine enge Partnerschaft eingehen. Das würde uns quasi unendliche Möglichkeiten geben, unsere Fotos auf magische Art und Weise zu verbessern und zu bearbeiten. Aber auch Siri könnte endlich vom Steinzeitmenschen zum modernen Chatbot werden. Zum Beispiel könnte sie uns Nachhilfe in Mathematik geben, bei unserem Liebeskummer helfen und Gespräche wie ein echter Mensch mit uns führen. Auch ist eine Dynamic Notch im Gespräch, womit auch ältere iPhones die Dynamic Island Funktion bekommen sollen. Dieses Gerücht finde ich aber zu krass. Ich glaube nicht, dass das kommen wird. iOS 18 wird wahrscheinlich für diese iPhones kommen. Sobald das Update vorgestellt wird, gebe ich euch Bescheid. Folk Technik Abi.